Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Mein Name ist Laura und ich freue mich, dass du heute mit dabei bist und in der heutigen Folge soll es darum gehen, wie viel tatsächlich in deinen Gedanken passiert oder beziehungsweise was in deinem Kopf passiert und welche Auswirkungen deine Gedanken tatsächlich auf dein Essverhalten haben. Und vielleicht hast du dich auch schon mal gefragt, warum manche Menschen gefühlt alles erreichen und alles schaffen, wohingegen andere einfach irgendwie, ja, gefühlt nie was erreichen oder zumindest nicht das, was sie sich vorgenommen haben. Und ja, warum manche Menschen einfach anfangen, Sport zu machen, gesünder zu essen und ohne Probleme ihre Ziele erreichen und bei anderen funktioniert das irgendwie nicht so. Und nein, es liegt nicht daran, dass jeder Körper anders veranlagt ist. Natürlich spielt das auch mit eine Rolle, das kann man natürlich nicht verleugnen, aber trotzdem ist es nicht so, dass es für den einen total einfach ist, wohingegen es für den anderen fast unmöglich ist. Und es liegt auch nicht daran, wenn du dich vielleicht schon mal gefragt hast, warum du früher, ja, früher hat es vielleicht noch funktioniert, du hast deine Ernährung umgestellt und konntest dich da dran halten oder du hast angefangen mehr Sport zu machen und es war gar kein Problem für dich, das durchzuziehen. Und jetzt fällt es dir irgendwie super schwer. Und es liegt jetzt auch nicht daran, dass du früher eben einfach jünger warst und dein Stoffwechsel komplett anders war und dass du jetzt älter bist und das, ja, deswegen nicht mehr funktioniert. Natürlich sind es alles Punkte, die damit reinspielen, aber trotzdem ist es nicht so, dass es jetzt für dich unmöglich ist, deine Ziele zu erreichen. Und wie schon gesagt, man kann es einfach nicht verleugnen, dass tatsächlich jeder Körper ein wenig anders veranlagt ist. Der eine nimmt schneller ab als der andere, der eine baut schneller Muskeln auf als der andere, der eine Körper passt sich relativ schnell an Kaloriendefizit an, der andere weniger und manche Menschen bewegen sich einfach unbewusst mehr. Diese Menschen, die so hibbelig sind, bei denen man ja fast eigentlich das Gefühl hat, dass sie nie still sitzen können. Und andere Menschen sind von Haus aus einfach ein bisschen ruhiger und sind nicht so aufgedreht. Und ja, vermutlich hast du dich früher wahrscheinlich auch mehr bewegt, weil es einfach normal ist, dass wir uns, wenn wir jünger sind oder ja, meistens einfach noch mehr bewegen und dann ja ein bisschen, bisschen ruhiger werden mit dem Alter. Und dann ist es natürlich auch einfach naheliegend, dass es dir früher einfacher fiel. Aber wie gesagt, das ist tatsächlich nicht der ausschlaggebende Grund dafür, dass es dir jetzt vielleicht schwerer fällt als damals. Und der Punkt ist einfach nur, dass jeder Mensch sich gesünder ernähren kann und mehr Sport machen kann. Es ist weder ein Hexenwerk, was nur für ganz bestimmte Person erreichbar ist. Noch gibt es irgendeine Wunderpille oder irgendeine Wunderdiät, die du schlucken kannst oder die du, ja, die du nur suchen musst und irgendwann findest du sie und dann, ja, erreichst du dein Traumgewicht wie automatisch. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Punkt. Und wenn du das irgendwo hörst, dass du mit XY super schnell, ganz einfach, ohne Anstrengung abnehmen kannst und dich pudelwohl in deiner Haut fühlst, dann würde ich ganz schnell richtig vorsichtig sein. Denn wenn das so wäre, dann hätte doch jeder auf einmal eine super Figur und dann würde hier, ja, in der Wirtschaft auch mit der Diätindustrie und so weiter einiges den Bach runtergehen. So, aber das ist nicht das Thema. Fakt ist einfach, dass jeder mehr oder weniger dieselben Chancen hat. Für jeden ist es mehr oder weniger dieselbe Arbeit und im selben Maße auch realistisch, sein Idealgewicht zu erreichen und auch zu halten und ein ganz normales Essverhalten, ja, wieder zu gewinnen. Was aber den einen, der es schafft, von dem unterscheidet, der sich nach fünf Jahren immer noch unwohl in seiner Haut fühlt oder vielleicht sogar noch weiter zugenommen hat, sind oft tatsächlich, so banal es jetzt auch klingen mag, die Gedanken. Denn deine Gedanken bestimmen dein Handeln. Und das ist tatsächlich so. Überleg doch einfach mal. Bevor du eine Handlung tust, war doch erst der Gedanke da. Der Gedanke ist zuerst da und dann erst kommt die Handlung. Und wäre der Gedanke gar nicht da, würdest du die Handlung gar nicht ausführen. Und wie entsteht jetzt der Gedanke? Der Gedanke entsteht aus deinen Überzeugungen, deinen Erfahrungen und das, was du meinst, was wahr ist. Was du über dich denkst, was wahr ist oder was generell, ja, in der Welt wahr ist oder was falsch ist. Was aber ja auch nicht unbedingt der Wahrheit entsprechen muss. Du denkst es ja einfach nur. Und wir hinterfragen leider viel zu selten unsere Gedanken. Wir nehmen sie einfach so hin und wir handeln danach, ohne uns zu fragen, ob dieser Gedanke gerade wirklich sinnvoll war. Oder ob dieser Gedanke überhaupt wahr ist. Oder ob er uns zu unserem Ziel bringt oder uns von unserem Ziel abhält. Und wenn du jetzt vielleicht schon mal hier und da eine Diät gemacht hast oder das vielleicht bei Freunden miterlebt hast oder ja, irgendwie bestimmte Dinge in deinem Leben nicht erreicht hast und du denkst, du schaffst einfach Dinge nicht. Dann wird es dir wahnsinnig schwerfallen, jetzt deine Ziele zu erreichen, weil du ja davon überzeugt bist, dass du es nicht schaffst. Weil du überzeugt davon bist, dass du abends immer Heißhunger bekommst oder du bist davon überzeugt, dass du einer Schokolade nicht widerstehen kannst. Und du kennst auch sicher diese Gedanken wie, heute ist nochmal alles egal und du isst heute einfach, ja, alles. Bevor du dich morgen wieder ganz, ganz gesund und ganz, ganz strikt ernährst oder du ja morgen diese, sowieso diese krasse Diät anfängst und es ja jetzt eh egal ist, was du jetzt heute noch tust. Oder du denkst dir, jetzt hast du, ja jetzt hast du schon die Schokolade, Entschuldigung, ich bringe einfach immer die Schokolade als Beispiel. Ich hoffe, du weißt, dass du es auch mit jedem anderen Lebensmittel ersetzen kannst. Genau, aber wenn du heute jetzt die Schokolade gegessen hast, die du eigentlich nicht essen wolltest oder einfach zu viel davon gegessen hast und du dir dann denkst, jetzt ist es auch schon egal und heute habe ich sowieso nicht so gegessen, wie ich essen wollte und dann isst du einfach weiter und isst weiter und isst weiter. Und oft ist es wirklich nur der Gedanke und vielleicht ist dir das auch schon mal aufgefallen, dass es dir vielleicht eigentlich gar nicht so schwer fallen würde, jetzt aufzuhören zu essen oder irgendwas anderes zu machen. Aber du hast diesen Gedanken und findest es dann wirklich in diesem Moment sinnvoll, weiter zu essen und du denkst dir, du machst es jetzt einfach und du hinterfragst es dann auch gar nicht weiter. Oder allein eben dieser Gedanke, dass du es ohnehin nicht schaffst und es ja dann eigentlich auch schon egal ist, ob du es tust oder nicht, ob du da überhaupt irgendwie Anstrengung reinsteckst oder nicht. Und diese Gedanken sind da. Diese Gedanken bringen dich immer wieder dazu, dass du doch mehr isst, als du eigentlich essen würdest, dass du doch wieder zum Kühlschrank gehst, obwohl du es eigentlich gar nicht wolltest, weil du davon überzeugt bist, dass es eben gerade in diesem Moment genau das Sinnvollste ist, was du tun kannst, weil du genauso denkst, weil du eben davon überzeugt bist, dass es jetzt gerade eben sinnvoll ist, dass du jetzt heute nochmal alles isst und morgen dann super strikt ist. Und diese Gedanken kommen immer wieder. Das ist ja das Problem. Du tust es dann, weil dir der Gedanke eben in dem Moment sinnvoll erscheint und vielleicht merkst du jetzt aber gerade, wo ich das sage oder wenn du einfach drüber nachdenkst im Nachhinein, dass dieser Gedanke überhaupt nicht sinnvoll ist. Aber in dem Moment, wo er da ist, erscheint er dir sinnvoll. Und das Problem ist, dass diese Gedanken immer und immer und immer wieder kommen werden und sie bringen dich immer wieder dorthin, wo du jetzt gerade stehst. Und sie bringen dich auch immer wieder dazu, dass du immer wieder dasselbe tust, was du eigentlich nicht tun willst. Und daher ist es so wichtig, dass du deine Gedanken wirklich mal hinterfragst. Dass du dich fragst, dass du dir über deine Gedanken bewusst wirst, dass du dich fragst, ob die überhaupt sinnvoll sind oder warum du sie überhaupt hast oder warum du davon überzeugt bist, dass diese Gedanken so richtig sind in diesem Moment. Und genauso können dich aber auch deine Gedanken auf einer anderen Weise daran hindern, dein Essverhalten zu ändern. Allein zum Beispiel diese Tatsache, dass du dir bestimmte Lebensmittel verbietest oder dir denkst, dass du diese bestimmte Sache nicht essen darfst, auch allein dieser Gedanke oder vielmehr der Gedanke überhaupt an dieses Lebensmittel, verleiht dich eher dazu, dass du dann auch zu diesem Essen greifst, weil du es ja bereits in deinem Kopf hast. Du denkst ja daran. Und dein Gehirn kann nicht unterscheiden, ob du sagst, dass du es nicht haben darfst oder dass du es haben darfst. Es ist einfach präsent in deinem Kopf. Wenn ich dir jetzt sage, du darfst die Schokolade haben oder du darfst die Schokolade nicht haben oder einfach nur Schokolade, du wirst wahrscheinlich in jedem Fall an die Schokolade denken. Und dann wirst du auch Lust drauf bekommen, weil du ja schon mal dran denkst. Wohingegen, wenn du gar nicht drüber nachgedacht hast oder hättest, dann hättest du vermutlich auch nicht unbedingt Lust auf die Schokolade bekommen. Das Beispiel kennst du sicher auch, wenn ich dir sage, denk nicht an den blauen Elefanten. Und du tust es einfach nur, weil ich das Wort blauer Elefant sage. Und vielleicht merkst du gerade, dass es tatsächlich so ist. Vielleicht hast du anfangs an die Schokolade gedacht. Vielleicht hast du danach jetzt an den blauen Elefanten gedacht. Dass du einfach daran denkst, auch wenn ich dir sage, du sollst nicht daran denken. Du wirst einfach daran denken müssen. Das ist einfach so. Und wenn du dir jetzt immer wieder sagst, zum Beispiel, dass du was nicht schaffen kannst oder einfach davon überzeugt bist, dass du nichts schaffen kannst oder dass du etwas nicht schaffst, dann ist es nichts anderes als auch wieder ein Gedanke. Und wenn du davon überzeugt bist, wenn du denkst, dass du es nicht schaffen kannst oder wenn du denkst, dass du dich immer wieder überessen musst, wenn du denkst, dass du es einfach nicht schaffst, dich gesünder zu ernähren, dann wirst du ziemlich sicher auch so handeln, weil der Gedanke ist da. Der Gedanke ist in deinem Kopf und dann wirst du so handeln. Denn erst der Gedanke, dass du es ja nicht schaffst, führt zu der Handlung, die dich ganz unterbewusst das auch ausführen lässt. Die lässt sich eine Handlung ausführen, die dir zeigt, dass du es nicht schaffen wirst. Und wenn du denkst, dass du der Schokolade nicht widerstehen kannst, dann wirst du auch so handeln. Dann wirst du der Schokolade nicht widerstehen können. Und wenn du denkst, dass du abends immer Heißhunger bekommst, dann wirst du auch danach handeln und abends mehr essen. Und wenn du denkst, dass du immer was Süßes mitnehmen musst, wenn du im Supermarkt bist oder dass du immer Süßes essen musst, wenn du gestresst bist, dann wirst du es auch machen. Und alles beginnt mit deinen Gedanken. Deine Gedanken sind wirklich der Dreh- und Angelpunkt, der im Grunde darüber entscheidet, wie du handelst bzw. was du auf lange Sicht natürlich dann auch erreichst oder eben auch nicht erreichst. Und es sind deine Gedanken, die darüber entscheiden, was du tust. Und es sind doch immer wieder deine Gedanken, die dir sagen, dass es doch jetzt nicht so schlimm ist, noch dieses eine Stück Schokolade zu essen. Und es sind doch immer wieder deine Gedanken, die dir sagen, dass du nicht aufhören kannst zu essen. Oder deine Gedanken, die dir sagen, dass du dich heute nicht zum Sport aufraffen kannst. Oder dass du morgen dann zum Sport gehst. Und es sind deine Gedanken, die dich einfach zu Hause sitzen lassen, anstatt deinen Körper zu bewegen. Es sind deine Gedanken, die dich Fastfood bestellen lassen. Es sind deine Gedanken, die dich aufgeben lassen. Es sind deine Gedanken, die dir einreden wollen, dass das doch alles viel zu anstrengend ist und dass du es doch sowieso niemals schaffen wirst. Und wenn alles, wenn du mal ehrlich bist, alles, was es ist, ist eigentlich nur die Tatsache, dass du gesündere Essensentscheidungen treffen musst, deinen Körper ausreichend bewegen musst und einfach deinem Körper das geben musst, was er wirklich braucht. Hochwertige Lebensmittel, unverarbeitete Lebensmittel und ausreichend Bewegung. Und du brauchst keine Diät. Du brauchst keine Diät mit 500 Kalorien und 5 Stunden Sport am Tag. Das brauchst du alles nicht. Ich muss hier immer nochmal dazu sagen, dass ich niemals von dieser radikalen Veränderung rede, die für deinen Körper einfach ungesund ist. Ich spreche immer davon, dass du deinen Körper gesünder ernährst, deinem Körper das gibst, was er wirklich braucht. Und wenn dein Körper durchgehend unterversorgt ist, wie jetzt zum Beispiel bei dieser Beispielhaften 500 Kaloriendiät, dann hast du ganz andere Probleme als nur deine Gedanken. Dann sendet dir dein Körper wirkliche Signale, gegen die hast du keine Chance. Aber solange dein Körper ausreichend mit den richtigen Lebensmitteln versorgt ist, ist es allein deine Entscheidung, ob du weiterhin zur Schokolade greifst und dich überisst oder ob du auf deine Ernährung achtest. Und ich sage nicht, dass die Schokolade komplett verboten ist, das sage ich überhaupt nicht. Aber ob du jetzt zwei Stücke isst oder die ganze Tafel Schokolade und dann noch eine dahinterher oder vielleicht dann noch eine dritte, was auch immer. Das ist alleine deine Entscheidung. Und nur weil dir der Gedanke in deinem Kopf sagt, ja, wenn ich anfange Schokolade zu essen, kann ich nicht aufhören. Das heißt noch lange nicht, dass es auch wirklich so ist. Und vielleicht hast du es auch schon mal gemerkt, du führst diese Handlung aus oder du nimmst dir ein Stück Schokolade und denkst dir, eigentlich könnte ich jetzt aufhören. Aber dann kommt dieser Gedanke, ich kann nie bei Schokolade aufhören, das kann gar nicht sein, das kann gar nicht sein, dass ich gerade gar nicht so einen Drang nach Schokolade habe. Und dann isst du weiter. Und natürlich, diese Bestätigung lässt dich weiter essen und dann machst du es immer wieder. Aber es ist, wie gesagt, also das ist ja schon wieder ein Gedanke in deinem Kopf, auf den du eben einfach nur eingegangen bist. Und es ist, wie gesagt, deine Entscheidung. Und natürlich ist es der einfachere Weg, sich weiterhin ungesund zu ernähren, so zu essen, wie du immer gegessen hast, dich so zu bewegen oder das Pensum an Sport zu machen, was du immer gemacht hast. Wenn du jetzt nicht wirklich viel Sport gemacht hast, natürlich ist es einfacher, aber dann wird sich eben auch einfach nichts ändern. Und es ist allein deine Entscheidung und es liegt ganz an dir, was dir eben wichtiger ist. Und das soll sich jetzt überhaupt nicht irgendwie streng anhören. Ich will dir damit nur sagen, dass du es selbst in der Hand hast, dass es jeder selbst in der Hand hat und dass es allein deine Entscheidung ist. Und dass es überhaupt nicht so kompliziert ist, wie es alle Welt immer macht. Es ist deine Entscheidung und du musst es einfach nur durchführen. Und wenn du dir immer wieder so viele negativen Gedanken darüber machst und dir immer wieder einredest, dass du es doch nicht schaffst, dass es doch alles so kompliziert ist. Ja, dann wird es auch kompliziert. Aber hinterfrag doch einfach mal deine Gedanken, ob das überhaupt richtig ist oder ob das einfach nur irgendein destruktiver Gedanke ist, der dich davon abhalten will, deine Ziele zu erreichen. Hinterfrag das doch mal und lass dich nicht einfach unbewusst in deine negativen Gedanken reinziehen. Hinterfrag das und nur weil der Gedanke da ist, heißt das nicht, dass du so handeln musst. Und du musst einfach, wie gesagt, auf deine Gedanken achten und du musst an deinen Gedanken arbeiten. Und wenn du selbst davon überzeugt bist, dass du es nicht schaffen kannst, dann wirst du es auch niemals schaffen. Dann wirst du immer wieder unterbewusst irgendwelche Handlungen ausführen, die dir genau das beweisen, dass du es nicht schaffst. Und wenn du selbst einfach alles anzweifelst, dann wird es einfach nicht funktionieren. Und du wirst einen Weg finden, dir zu zeigen, dass du recht hattest, dass du es nicht schaffen kannst. Und wenn du davon überzeugt bist, dass du es schaffen kannst, dass du es erreichst. Und vielleicht war das so, als du das erste Mal deine Ernährung ändern wolltest, warst du noch voller Tatendrang und warst davon überzeugt, dass du es schaffst. Und dann hast du es einfach gemacht. Du hast es gar nicht weiter hinterfragt, da waren keine negativen Gedanken, du hast es einfach gemacht. Und jetzt fängst du aber an, du schaffst es nicht, das ist alles so anstrengend, das funktioniert nicht, bla bla bla. Und dementsprechend wirst du auch genau so handeln. Und nochmal, ich kann es nicht oft genug wiederholen, ich spreche hier nicht davon, dass du einfach dir irgendeine 500-Kalorien-Diät aussuchen sollst und die einfach durchziehen sollst, ohne drüber nachzudenken. Davon rede ich nicht. Ich rede davon, dass du dich einfach gesünder ernährst, dass du dich einfach mehr bewegst, dass du einfach deinen Körper wirklich so versorgst, wie er es verdient hat. Dass du nicht durchgehend Pizza und Fastfood isst, sondern dass du einfach wirklich hochwertige Lebensmittel isst und er hat dich nicht die ganze Zeit von Süßigkeiten und ich glaube, du weißt, was ich meine, ernährst. Und das ist tatsächlich, es ist deine Entscheidung, ob du in dieser Sekunde zu dem gesünderen Gericht greifst oder halt eben doch die Pizza oder die Schokolade. Und wie gesagt, ich sage dir nicht, dass du nie Pizza essen darfst und nie Schokolade essen darfst. Ich spreche nur davon in Maßen. Du kannst die Pizza essen, klar, aber du musst dich davon nicht überessen und du musst sie auch nicht jeden Tag essen. Das will dein Körper gar nicht. Und du wirst auch selber merken, dass du dich fitter fühlst, wenn du einfach ein bisschen bewusster dich ernährst. Und ich weiß, es ist ein ziemlich komplexes Thema, aber ich hoffe, ich konnte es dir einfach mal ein bisschen näher bringen und dass es vielleicht ein bisschen deine Motivation angeregt hat, über deine Gedanken nachzudenken. Denn tatsächlich, wenn du diese Gedanken schon mal wahrnimmst in erster Linie, dann wird es dir auch leichter fallen, anders zu handeln. Und beobachte doch einfach mal deine Gedanken. Überleg dir oder schau dir deine Gedanken an und jedes Mal, wenn ein negativer Gedanke kommt, dann hinterfrag ihn. Hinterfrag ihn, ob du wirklich danach handeln musst, ob er wirklich wahr ist und werde dir im ersten Schritt einfach wirklich mal über deine Gedanken bewusst und werde dir darüber bewusst, dass es nur deine Gedanken sind. Es aber nicht heißt, dass du genau auch danach handeln musst. Genau. Und dann, ja, mach dir einfach mal Gedanken darüber, über deine Gedanken und dann würde ich mich freuen, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Bis dahin, hab einen schönen Tag und genau, bis zum nächsten Mal. Deine Laura. Bis dahin, hab einen schönen Tag.